Heh 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 NAAIN! NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Verpisst euch bloß. Boah. Alter. Ich fallt vom Glauben ab- und immer noch kein Fleisch und irgendwie aus der letzten Kanüle atmen. Ist mir egal- ich klopp mir den Scheiß jetzt roh rein, bringt aber auch nix. Nnmnnnnnnnnnihn- am besten noch vergiften daran. Scheiße, ich kann so überhaupt nichts mehr machen. Mich schon gar nicht bei den Schweinen sehen lassen. Es tut mir leid, hier, ich hebe mein Händchen zum Frieden. Ist ja euers, naja. Scheiße, jetzt greifen die auch noch an. Ich hab's nicht so gemeint. Vielleicht doch, aber nicht wirklich. Ich bin jetzt nur fei... Ich komm nicht ran. Oh, das ist so gemein. Ihr quält mich so, ihr Garstigen. Hab ich noch einen Bogen dabei und Pfeile? Pfeile hab ich dabei, einen Bogen auch, aber das kann ich hier nicht bringen. Die gehen auch sofort wieder auf mich drauf. Und hier runterspringen kann ich auch nicht. Boah, Scheiße. Ich könnte mir noch einen Eiernacken klatschen, aber das hat jetzt auch nicht so besondere Mega-Hieße. Das geht gar nicht. Ha, ha, ha. Hilfe. Hilfe. Ich könnte mir schnell ein Portal bauen, aber das wäre irgendwie dann doch ein bisschen uncool. Die greifen mich bestimmt auch an, da hinten, ne? Oder? Ich bin es. Ich tue euch nichts. Die greifen nicht an. Sagenhaft, hallo? Ich bin der Botschafter der Liebe. Vorsichtshalber, ihr wisst warum. Huh. Denn wenn ich hier irgendwo reinfalle... Nein! Nein! Bitte kein Gas, Digga! Komm schon, gib mir alles! So, immerhin ein bisschen Glowstone hier mitnehmen. Haben wir denn noch irgendwas? Na, nehmen wir hier Cobblestones. Ist doch auch egal. So. Hilfe. So. Der Gas, Digga, ist zum Glück doch wieder verschwunden. Na los! Nein! So, erstmal hier schön alles einsammeln. Bloß nichts zurücklassen. Und ich hoffe, wir werden hier nicht krepieren, wenn ich mir das so angucke. Sehe ich da aber eher schlechte Tendenzen. Huch. So, nehmen wir mal alles mit, was wir hier kriegen können. Solange wir hier sind, sind wir hier. Das ist die Weisheit des Jahrhunderts. Wer weiß, wann es mal wieder was ordentliches gibt. Huch. Hallo, Framerate. Beruhig dich mal, alter Junge. Ach, 64 Stück haben wir schon. Dann würde ich sagen, wir schmeißen mal dieses Rottenflasch hier. Ach, wir könnten natürlich auch vergiftetes Fleisch essen. Allerdings weiß ich nicht, ob uns das in der Form jetzt umbringen wird. Oder wirklich nur auf ein halben Ding jetzt runterkillt. Und wir dann aber zumindest satt sind. Ich will es auch nicht probieren, ehrlich gesagt. Zumindest nicht hier. Aber andererseits fürchte ich, wir haben vielleicht gar keine andere Wahl. Ne, Grunsmann, alte Sau. Ähm. Ja, ist ja gut. Rülps woanders rum. Scheiße. Ich hab da jetzt echt ein Problem. Boah, guck mal. Das könnte man jetzt alles noch mitnehmen. Aber das sparen wir uns... ...für später. Ich bin ein Ein-Mann-Selbstmord-Kommando. Ich bin ein Ein-Mann-Selbstmord-Kommando. Okay, schnell. Bleibt weg. Ihr seht mich alle nicht. Boah, bloß nicht. Oh Gott. Okay, jetzt hier. Pock, Pock. Zwei können wir ja immer ohne Probleme runterfallen. Pock, Pock. Und schon sind wir hier unten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die mich da hinten angreifen werden. Die sahen auf der Heimreise aber recht friedlich aus. Das heißt, vielleicht... Guten Tag, die Herrschaften. Ich bringe Blumen mit. Schweineblumen. Ha! Boah! Leckt mich doch am Arsch! Boah! Oh, Pock. Oh, 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 oh. Muss wohl besonnen bleiben. Scheiße. Wo müssen wir lang? Da hinten flieht das Kackvieh rum. Boah. Ja. Ob man Pilze roh fressen kann? Ich hab's noch nie probiert. Wir müssen da runter, glaub ich, oder? Da hinten runter und da lang? Kann das sein? Scheiße, Nian Cat hält uns hier gefangen gerade. Ich will jetzt aber auch keinen Pilz roh fressen. Verschwinde, Nian Cat. Ich verabscheue dich. Ich verabscheue dich. Ich liebe dich, Nian Cat. Ich liebe dich. Du bist die Schönste. Und überhaupt nicht nervig. Oh, kacke. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es nach Hause geht. Das hier kommt mir bekannt vor. Bleibt da hinten. Das hier kommt mir doch bekannt vor. Wir waren hier. Oh, aber wo? Aber wie? Aber wer? Oder warum? Wir waren hier. Und dann hab ich überlegt, wo ging's denn nun weiter? Aber ich weiß überhaupt nicht mehr. Guten Tag, Herr Schwein. Ah. Boah, hier die ganze Zeit mit einem Herz durch die Gegend zittern. Das kann doch nicht wahr sein. Mal von hier unten gucken. Vielleicht. Ihr seid mir doch nicht böse. Oder? Nein. Ach gut. Lasst mich. Da unten sieht's gut aus. Uh, sieht das gut aus da unten. Oh, ich hab mich nicht so sehr gefreut, eine hässliche Steinbaut zu sehen. Ihr seid mir... Ihr kennt mich doch nicht, oder? Scheiße, aber wie kommen wir da jetzt runter? Ich höre immer dieses Mistvieh. Ah. Wir müssen da runter. Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann mich jetzt auch nicht nach unten durchgraben, weil wenn ich da irgendwo eine Schlucht falle, dann ist natürlich auch Polen offen. Komme ich hier an der Seite vielleicht? Scheiße. Ich werde auch nicht das Risiko eingehen und da irgendein Feuerball wegknüppeln. Das kannst du aber glauben. Ach, laufen kann ich auch nicht mehr. Und wir haben fast schon wieder keinen Fraß mehr im Hals. Am besten jetzt irgendwo ins Feuer latschen. Das wäre natürlich auch noch das Highlight des heutigen Abends. Hilfe. 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 So, hier. Alles gut. Hier vielleicht. Ach, Herr Pain. Ich brauche Painkiller, ich brauche auch ganz dringend Painkiller Boah, ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass die mich hier gleich irgendwie runterschubsen Wir müssen hier unten irgendwie rein, verdammt, ich weiß aber nicht mal, wo es war Können wir vielleicht hier irgendwie Schritt für Schritt Scheiße Nein, ach fuck, das gibt es doch gar nicht